Bro, was machen wir? Ein Boxer. Ein Boxerschnitt? Ja. Okay. Also, das ist viel Haar, das wegkommt. Was hast du gedacht von der Länge? Jedenfalls 20 Millimeter, denke ich mir. 20 Millimeter, oder? Fade? Mit Fade, ja. Mit Fade. Mit Fade, mit Kurven oder ohne Kurven? Ich glaube mit Kurven, ja. Was ist der Wichtige an deinen Haaren? Das Line-Up und der Fade. Was ist wichtiger, Line-Up oder Fade? Ich glaube das Line-Up schon, ja. Das Line-Up, okay. Let's go, danke. Kompliziert mit dem Platz und dem Tisch bist du nix. Drei Mal nix, fünf Mal nix. Diep in m'n club, we'll flex mit de chicks. Toe verlust in die lover, die nie bist nix. Meine blieben of me moe. I'm gonna my no mails, das war von der Slife Bros. Toe von der shirt on.